Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder bei Potsubi, dein Ausbildungspodcast mit Sina und Sonja. Wir haben noch brandaktuell die Ausbildungsmesse am Start, die virtuelle von der IHK Renecker. Und da sind noch ganz viele Betriebe, die noch für 2021 Ausbildungsplätze zu vergeben haben. Und ja, schaut doch einfach mal rein und informiert euch. Und vielleicht findet ihr dann auch dort euren Ausbildungsplatz noch für dieses Jahr. Ja, und ihr müsst euch nämlich jetzt richtig ranhalten. Ich weiß, es ist wahrscheinlich richtig gutes Wetter und ihr liegt irgendwie am See oder im Schwimmbad. Aber auch von dort aus könnt ihr das easy bedienen und euch einfach mal durchklicken. Genau, weil es ist jetzt wirklich schon kurz vor zwölf, nur noch wenige Ausbildungsplätze sind da. Deswegen haltet euch ran. Ja, und heute haben wir wieder eine Frau in einem Männerberuf. Also wir sind hier wieder mit geballter Frauenpower am Start. Und wer da ist, das verrät euch jetzt die Sonja. Ja, heute zu Gast ist bei uns die Teresa. Die Teresa macht eine Ausbildung zur Mechatronikerin. Und ja, stell dich doch kurz mal vor. Ja, hi, mein Name ist Teresa. Ich bin 22 Jahre alt und bin jetzt im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zur Mechatronikerin bei der Firma Freudenberg. Ja, schön, Teresa, dass du heute bei uns bist. Wir haben uns auch wieder ein paar Fragen für dich ausgedacht, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Und unsere erste Frage ist, ganz passend aktuell, magst du Fußball? Ja, also gerade zu Zeiten von Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften schaue ich schon gern Fußball. Ansonsten so während der Bundesliga oder so schaue ich eher keinen Fußball. Also du hast keinen Lieblingsverein, so in dem Sinne? Nein. Ich aber auch nicht und ich gucke gern Fußball. Ich gucke auch gern Champions League. Ich nicht. So, die zweite Frage. Was machst du denn gerne so in deiner Freizeit? Also unter der Woche gehe ich meistens ins Fitnessstudio. Während Corona, als das alles zu war, habe ich mir dann eher was im Freien gesucht und habe vor allem das Spazierengehen und das Wandern für mich entdeckt. Und das mache ich seitdem sehr gern und auch oft am Wochenende. Und wo gehst du dann spazieren? Im Odenwald, wo du auch herkommst? Genau, hauptsächlich im Odenwald. In letzter Zeit haben wir aber auch öfter mal so Steige gemacht, zum Beispiel den Burgensteig, wo man dann auch über Weinheim oder Richtung Heidelberg läuft oder den Nibelungensteig, also wo man dann auch verschiedene Gegenden mal sieht. Ja, auf jeden Fall schön. Also ich gehe auch gerne wandern. Ich wollte eigentlich letztes Jahr mit meinen Eltern so eine Hüttentour machen, wo man dann auch übernachten kann. Leider hat es dann im September schon geschneit und wir konnten nicht bei einem halben Meter Schnee hoch. Wie sieht es bei dir aus, Sonja? Gehst du gern wandern? Ja, total. Also ich habe schon Pläne für nächstes Jahr. Da geht es in die Highlands, wandern in Schottland. Ich weiß, ich glaube es dir einfach nicht, weil ihr müsst wissen, die Sonja ist jemand, die parkt immer direkt vor dem Geschäft oder so, wo sie hin will. Wenn die mal 20 Meter laufen muss, dann heult die mir schon die Ohren voll. Also ich bin ein bisschen entfäuscht, dass du mir das jetzt nicht zutraust, aber ich werde dich noch überraschen. Okay, wir können ja auch mal zusammen wandern gehen. Schauen wir mal. Okay, Theresa, du hast ja wirklich auch einen außergewöhnlichen Ausbildungsberuf, auch gerade für eine junge Frau. Wie bist du denn zu diesem Beruf gekommen? Was für einen Schulabschluss hast du gemacht und wie hat sich das dann ergeben, dass du Mechatronikerin lernst? Also ich habe Abitur gemacht 2017 und bei mir war es so, dass ich eigentlich schon immer wusste, dass ich mal in die technische Richtung gehen will, weil ich auch schon immer technisch interessiert war und wenn daheim mal irgendwas zu tun war, habe ich immer mitgeholfen. Aber ich wusste lang während meiner Schulzeit nicht genau, was ich machen will. Und bin dann irgendwann auf den Mechatroniker gestoßen und den Beruf finde ich so interessant, weil er eben den Elektroniker und den Mechaniker kombiniert. Jetzt hast du ja Abitur gemacht und dich danach direkt für eine Ausbildung entschieden. Kam für dich ein Studium nicht infrage? Doch, ein Studium kam für mich infrage. Ich habe auch länger überlegt, ob ich direkt studieren soll. Dann dachte ich mir aber, weil es eben so ein praktischer oder ein handwerklicher Beruf ist, dass ich mich nicht direkt irgendwo in der Uni hocken will und den ganzen Stoff nur theoretisch mir anhören will und gar keinen Praxisbezug irgendwie haben möchte und habe dann überlegt, ob ich ein duales Studium mache, um den Praxisbezug zu haben. Aber habe mich dann letztendlich dazu entschieden, erst eine Ausbildung zu machen, um eben die Praxis erst mal zu lernen, die ganzen Grundlagen zu lernen. Und ja, werde jetzt allerdings nach meiner Ausbildung noch ein Studium dranhängen. Das würde dir wahrscheinlich dann auch leichter fallen, weil du ja schon die Praxis miterlebt hast. Ja, ich hoffe es. Also haben auch viele gesagt, die ich kenne, die studieren, dass die, die vorher schon mal eine Ausbildung gemacht haben, da auf jeden Fall einen Vorteil haben. Und was für ein Studium willst du dann machen? Elektrotechnik, allerdings dann später so ein bisschen in die Richtung Medizintechnik. Ah, okay. Und du hast uns ja vorhin erzählt, dass du ja auch mit deinem Papa zusammenarbeitest. Also ihr seht euch auch regelmäßig auf der Arbeit und habt da miteinander zu tun. Und hat dein Papa irgendwie auch Einfluss auf deine Entscheidung gehabt, weil er dich vielleicht auch daheim mit einbezogen hat in die technischen Sachen, die ihr irgendwie zu Hause gemacht habt? Genau, also mein Vater ist auch bei Freudenberg in der Ausbildung tätig. Und ja, also er hat jetzt insofern keinen Einfluss gehabt, dass er gesagt hat, okay, ich bin in dem Bereich, mach du jetzt auch die Ausbildung. Sondern wie du gesagt hast, also er hat mich halt oft daheim mit eingebunden, weil er auch selbst, wenn irgendwas angefallen ist, das er immer selbst gemacht hat. Und ja, da er dann gemerkt hat, dass ich auch Interesse zeige daran, hat er mich dann auch immer mit dazugenommen, hat mir alles erklärt. Und wir haben letzt auch ein Bild gefunden, muss ich gerade dran denken, wo ich ungefähr fünf oder sechs Jahre alt war oder so und auf seinen Schultern sitze und ein Loch in die Decke bohre. Ja, also ja, da hat man dann auch gesehen, dass wir halt schon früh daheim zusammengearbeitet haben. Das finde ich echt cool. Ja, ich habe mich auch mit meinem Papa, also ich musste auch immer helfen und heute noch, wenn was an meinem Auto zu machen ist, wir haben jetzt Boxen eingebaut oder die Heizung war kaputt. Und da musste ich auch immer helfen, aber bei mir hat es nicht ausgereicht, dass ich in den technischen Bereich gegangen bin, weil da einfach nicht so die Affinität bei mir war. Ja, was sind denn deine Aufgaben in der Ausbildung? Was kann man sich denn genau darunter vorstellen? Also grundsätzlich, wie gesagt, lernt der Mechatroniker ja die Grundlagen von der Elektronik und von der Mechanik. Also so war es bei uns auch zum Beispiel im ersten Lehrjahr, dass wir erst mal komplett mit allen Kollegen in der Lehrwerkstatt sind und dort eben dann verschiedene Lehrgänge haben. Also man fängt an, erst mal zu feilen oder zu bohren. Dann hat man später auch Schweiß- oder Fräs- oder Drehlehrgänge oder so. Und im Elektrobereich fängt man zum Beispiel an mit Hausinstallation, also wie es geht, dass ich auf den Lichtschalter drücke und die Lampe geht an. Oder später dann auch durch Steuerung, also dass man dann zum Beispiel auch Sachen programmieren muss. Und ja, jetzt im zweiten und dritten Lehrjahr war es bei mir dann eher so, dass ich zum Beispiel Kundenaufträge bekommen habe, also die jetzt einen Schaltschrank gebraucht haben. Also meistens waren es irgendwelche Gesellschaften von Freudenberg, die dann eine neue Anlage mit eingebunden haben, dafür einen Schaltschrank gebaut haben, dann einen Schaltplan erstellt haben und dann musste eben irgendein Azubi den nach dem Schaltschrank bauen. Und das war dann so in den letzten Jahren eigentlich meine Aufgabe. Und ihr habt ja bei Freudenberg auch ein großes und ich glaube neues auch Ausbildungszentrum und ihr seid dann dort eingesetzt und lernt dann wirklich die Grundlagen. Also wenn man jetzt auch noch nicht so viel zu tun hatte mit Elektronik oder Mechanik, dann bekommt man da auch von null an alles mit. Genau, also das neue Bildungszentrum wurde 2018 erst eröffnet. Das ist wirklich komplett neu mit neuen Werkzeugen, neuen Maschinen. Und also ich sage mal, es ist auf jeden Fall kein Fehler, vorher schon mal ein Praktikum gemacht zu haben, wenn man in so eine technische Ausbildung gehen möchte. Aber wenn es einen interessiert und auch wenn man dann kein Praktikum gemacht hat, ist es auf jeden Fall kein Problem, weil man wirklich bei null anfängt. Was mich noch interessieren würde, was stellt Freudenberg dann her? Also der bekannteste Bereich für Freudenberg, würde ich sagen, sind die Dichtungen beziehungsweise die Schwingungstechnik, die vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt werden. Und nebenbei noch Filter beziehungsweise Fließstoffe, die dann in Filter verbaut werden. Und ein großer Bereich ist auch zum Beispiel Vileda. Es gehört auch zu Freudenbergs, kennt man vielleicht. Ja, warum ist Freudenberg für dich ein attraktiver Arbeitgeber? Also was bietet Freudenberg den Azubis denn alles? Also ich hatte ja schon gesagt, dass eben 2018 das neue Bildungszentrum eröffnet wurde. Es ist ein komplett neues Gebäude mit neuen Werkzeugen, neuen Maschinen. Wir arbeiten ganz viel mit großen Bildschirmen, mit Laptops oder Tablets. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir irgendwie massig Papier ausgedruckt bekommen, sondern es ist wirklich alles sehr digital. Und ja, deshalb würde ich sagen, dass Freudenberg ein sehr attraktives Unternehmen ist, um eine Ausbildung zu machen. Fühlst du dich irgendwie anders so als alleiniges Mädchen oder hast du irgendwie das Gefühl, du wirst anders behandelt oder bist du da gut respektiert? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, vielleicht war es so die erste Woche oder so ein bisschen komisch zwischen den ganzen Jungs. Aber also wie gesagt, ich komme super mit denen klar. Die haben mich voll gut aufgenommen. Und ja, also ich bin auch teilweise ganz gut mit denen freundet mittlerweile. Deswegen habe ich wirklich gar kein Problem damit. Ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man sich komisch fühlt, weil man selbst denkt, die Situation ist komisch. So, ich bin jetzt das einzige Mädchen. Und dann, obwohl andere die Situation gar nicht komisch wahrnehmen, aber durch deine eigene Einstellung oder weil du dir Gedanken machst, du es noch nicht kennst, die Situation und dich vielleicht auch nicht daran gewöhnt hast, dass du deswegen dich in der ersten Woche so komisch gefühlt hast. Ja, genau. Es kann schon sein. Das ist ja genauso. Ich hatte jetzt so das Thema mit alleine was unternehmen. Und am Anfang hatte ich so voll Angst davor, weil ich gesagt habe, so ja, was könnten die anderen denken? Die denken, ich habe keine Freunde oder das ist ja voll komisch. Was macht ihr da alleine? Aber letztendlich ist es eigentlich egal und du musst einfach dein Mindset haben, dass es dir nichts ausmacht. Ja, ich glaube, das ist einfach viel Kopfsache. Man macht sich eigentlich viel mehr Gedanken und die anderen juckt es wahrscheinlich gar nicht. Ja, genau. Und man selbst macht dann irgendwie voll den Stress sich und alles Mögliche. Aber wie war das denn? Wie hat dein Umfeld denn darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will jetzt Mechatronikerin werden? Also, ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben es eigentlich alle ganz cool aufgenommen. Meine Freunde haben gesagt, okay, für mich wäre es jetzt nichts, aber cool, dass du es machst. Und gerade meine Familie, die haben ja eh mitbekommen, dass ich schon immer so in die Richtung interessiert war. Deswegen hat jetzt wirklich gar keiner irgendwie mal komisch reagiert. Wie kommen dann deine Freundinnen als zu dir und sagen, ach, Theresa, kannst du mal vorbeikommen? Da ist was kaputt. Kannst du dich vielleicht reparieren? Nee, also, es kommt schon mal vor, dass man so Fragen, so irgendwas gestellt kriegt. Aber ja, es sind dann auch oft Sachen, die eigentlich gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Ja, denke ich auch. Wie hat sich denn dein Leben nach der Schule so verändert? Also, als du die Ausbildung jetzt angefangen hast, bist du ausgezogen, wohnst du noch zu Hause? Wie hat sich so dein Tagesablauf verändert, finanziell auch? Also, ich bin daheim wohnen geblieben, weil, ja, also ich habe jetzt zur Arbeit einen Weg von 20 Minuten von zu Hause und da habe ich es jetzt in der Ausbildung, fand ich es noch nicht nötig, da irgendwie auszuziehen. Und ja, dadurch habe ich eben im Vergleich zur Schule erstmal viel mehr Geld zur Verfügung, weil man eben in der Ausbildung das erste Mal eigentlich so richtig Geld verdient. Und ich würde sagen, am meisten habe ich mich eigentlich selbst verändert seit der Schule. Also, ich würde sagen, ich wurde durch die Ausbildung viel offener und viel selbstbewusster. Und ja, ich würde sagen, das ist so die größte Veränderung eigentlich. Ja, voll cool. Gibt es denn irgendwas, was du so aus deiner Schulzeit oder Ausbildungszeit bereust? Würdest du was anders machen? Ich würde sagen, nein. Also, ich bin allgemein eher ein Mensch, der schwer Entscheidungen trifft. Also, ich muss oft, ja, länger über Sachen nachdenken, egal jetzt in welche Richtung. Aber wenn ich dann eine Entscheidung treffe, dann stehe ich doch voll dahinter. Deshalb bereue ich auch nichts. Also, ich würde es auch jederzeit jetzt wieder so machen, beziehungsweise, ja, den Weg, den ich eingeschlagen habe, wieder so gehen. Es ist ja jetzt so, viele haben jetzt vielleicht noch gar nicht so den Plan, was sie machen wollen nach der Schule. Was würdest du den jungen Menschen raten? Was kannst du denen mitgeben? Was hast du aus deinen Erfahrungen bisher gelernt? Also, ich würde auf jeden Fall mitgeben, dass wenn man irgendwas im Kopf hat oder in irgendeine Richtung gehen möchte, auch wenn es vielleicht jetzt nicht gerade der Norm entspricht, also ich sage mal, ich bin jetzt auch in einem Männerberuf, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, ja, dass man den Weg trotzdem gehen sollte und seine Vorstellungen irgendwie auch umsetzen. Und was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man jetzt noch keine genaue Richtung hat, Praktika. Also, ich habe auch verschiedene gemacht und es hat mir wirklich auch bei der Entscheidung sehr gut geholfen. Ja, ich denke auch, wenn ein Praktikum einfach mal keinen Spaß macht, das ist eine super Erkenntnis, weil dann kann man es schon mal direkt ausschließen, manchmal schon im ganzen Bereich. Also, lohnt sich definitiv immer. Ja, Theresa, wir haben jetzt vielleicht ein paar Zuhörer, die sich jetzt gerne bei Freudenberg bewerben würden. Wie bewirbt man sich denn bei euch? Also, bei Freudenberg ist der Bewerbungsprozess mittlerweile komplett online. Also, da gibt es ein Jobportal und da schickt man dann eine Online-Bewerbung hin mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen oder Praktikumsbescheinigungen oder so. Und ja, dann läuft auch die Auswahl eigentlich online. Also, eigentlich jeder, würde ich sagen, wird erstmal zum Online-Test dann eingeladen. Wenn man dann nach dem Online-Test ausgewählt wurde, kommt noch ein Vorstellungsgespräch. Und je nachdem, wie das dann läuft, klappt es entweder mit der Ausbildung oder beziehungsweise auch mit dem Studium oder nicht. Wie ist dein Vorstellungsgespräch verlaufen und was wurden dir da so für Fragen gestellt? Also, bei meinem Vorstellungsgespräch waren drei Leute noch dabei. Also, ein Ausbilder, dann eine Person aus der Personalabteilung und der Leiter von der technischen Ausbildung. Und an sich war es eigentlich im Nachhinein ganz entspannt. Also, ich war zwar voll aufgeregt, aber es wurden dann eben so Fragen gestellt, warum ich zu Freudenberg will, warum ich mich in dem Betrieb sehe oder beziehungsweise auch in dem Beruf. Dann auch, wie man es kennt, so was die Stärken und die Schwächen sind. Und dann eben auch auf den Lebenslauf eingegangen, also was ich davor gemacht habe oder beziehungsweise wie ich mir auch meine Zukunft vorstelle oder so. Ihr bildet ja jetzt nicht nur Mechatroniker aus, sondern habt ja noch andere Ausbildungsberufe. Was bietet ihr denn noch an? Genau, also im Metallbereich bieten wir Industriemechaniker, Anlagenmechaniker und Werkzeugmechaniker aus. Im Elektrobereich neben dem Mechatroniker noch Elektroniker für Betriebstechnik und IT-Systemelektroniker. Dann gibt es noch verschiedene kaufmännische Ausbildungen, Physiklaborant, Chemikant und noch duale Studiengänge. Also ganz schön viel. Schaut einfach mal in dem Link in den Shownotes vorbei und da kommt ihr dann zu Freudenberg und den offenen Stellen. Genau. Eine Bewerbungsfrist gibt es bei euch aktuell nicht, oder? Also man sollte sich immer ein Jahr im Voraus schon bewerben. Also aktuell läuft quasi das Bewerbungsverfahren für 2022. Okay, das heißt, ihr habt jetzt auch schon angefangen, für nächstes Jahr zu suchen. Genau. Man kann sich jetzt schon bewerben. Okay, super. Dann packen wir euch alles in die Shownotes, wie gesagt. Auch den Link zur Ausbildungsmesse, die online ist, den Link zu Freudenberg. Und außerdem haben wir wie immer noch unsere Spezialbehandlung, die man buchen kann. Unsere Spezialbehandlung, unsere Spezialberatung, nämlich mit dem IHK Matching. Da könnt ihr euch gerne anmelden, wenn ihr schon genau wisst, in welche Richtung es gehen soll. Da könnt ihr euch auch schon überlegen. Es können auch gerne mehrere Berufe sein. Es kommen immer ganz viele Firmen zu uns, die noch kurzfristig Auszubildende suchen, auch noch für 2021. Und gerne beraten wir euch. Wir optimieren auch gerne mit euch eure Bewerbungsunterlagen und unterstützen euch bei der Ausbildungsplatz suchen. Vielen Dank, Teresa, dass du da warst und uns deinen Ausbildungsberuf vorgestellt hast. Danke, dass ich da sein durfte. War sehr cool. Ja, gerne. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.